Herzlich willkommen hier zu einer Runde Counter-Strike Global Offensive mit im Waffenspiel oder im Deathmatch und wir spielen mit der R8 einer neuen Waffe, die gerade erst rausgekommen ist und ja, schauen wir mal wie die Runde läuft und so, komm, verdammt, nein, nein, komm her, mal schauen, mal schauen und perfekt und ja, die Waffe ist jetzt eben doch immer noch, also ja, die Waffe ist sehr stark und keine Frage, Steam, äh, Valve wird sie wieder Waffen, aber ja, aber man nimmt uns immer, äh, ich kriege jetzt gerade keine Kills, oder, oh, da kommt einer, nein, komm, 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 oh, ich hab noch so, gerettet, aber nur ganz knapp, und, yes, da auch noch den nächsten und noch einen, so, hä, oh, verdammt, jetzt hab ich den verpasst, auch noch einen Helfer, wieder ein, und, nein, 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 wow, verdammt, das hätten wir noch bekommen können, ah, so, komm, jetzt auch noch den holen, einfach einmal so schön sauber und da ist der nächste Headshot, die Waffe ist viel zu stark jetzt zur Zeit, so wie sie jetzt ist, noch nicht, das kann mir keiner sagen, dass die nicht genervt noch wird, da kommt noch ein Nerf, ähm, so, komm, irgendwo muss ich doch noch treffen, einen hab ich doch schon, ah, keine Kugel mehr, rein, komm, und, hopp, und, hier rüber schauen, auf B, A sitzen wir, sitzen wir wieder, und, hopp, ne, da ist keiner, oh, da sind zweitens, nein, nein, komm, 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 und, so, monst, wieder ein paar frische Gegner, nicht vorzugsweise, nicht die auf A sitzen, sondern irgendwo anders, ah, vielleicht im Tunnel welche, na, pass, Glückhaft, oh, ein Huhn, oh, das gibt sogar einen Punkt, also, paddam, da konnte ich ja nicht sehen, oh, schnell weg, da will ich den, will ich jetzt nicht nochmal in den Daumen laufen, ähm, oh, da, auf A sitzen, keiner mehr, na gut, doch, oh, nein, nein, wow, hä, woher kamen die Schüssel, grad eben, oh, scheiße, nein, äh, der, scheiß Typ, hier, hier sitzen sie an zwei Eckpunkten, das ist auch noch hart, oh, komm, wow, 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 na, noch einen Punkt holt, und, hopp, hopp, so, ja, schauen, mal schauen, na gut, dann laufen wir jetzt mal runter, hier oben scheint ja eh niemand zu sein, sitzt ja noch da, ja, der sitzt da noch, komm, nachladen, wir haben mal jetzt den wieder in den Arme laufen, und, 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 oh, schöner Headshot, aber mit drei Lebenssätze, das war nochmal hart, komm, jetzt treffe ich den, jetzt endlich getroffen, na, hier ist keiner mehr, na gut, dann laufen wir eben, stehen wir jetzt auch noch, ah, wir sind aber nur zweiter, es muss besser werden, er muss drin sein, mit dieser OP-Waffe zurzeit, ah, da lasst uns nächstes Opfer runter, uh, aber auch, da kommt auch Gegenschuss, ja, sind wir, wir haben 14 Abschüsse, war es nicht schlecht, mit nur einer Pistole, mit nur einer sitzen, ne, das ist ein Kollege, konnten wir aber von Tunnel aus nicht sehen, na, na, ist schon wieder einer nur, so, fünf Minuten noch, so, da, da sind sie, so, und da, der nächste, die machen es aber eigentlich auch viel zu einfach, die hier, und wie es jetzt trotzdem immer noch zwei Punkte hinter dem Führenden, und, zack, und, da, hat er mich jetzt schneller bekommen, als ich ihn, so, oh, was, warum spawnt der jetzt schon wieder hinter mir, so, aber jedenfalls, ja, kommt, komm, äh, Muni ist immer das Wichtigste, besonders bei der war, die hat nur acht Schuss, aber schießt auch immer perfekt gerade, wenn man es aufladet, das ist eben die Hardcore-Variante, und, da sieht man es genauso, meine ich's, so, nachladen, den vorauslaufen lassen, und dann, so, und der erste, und dann der zweite noch, mit zwei schönen Schüssen hintereinander, da gibt's kein Problem, das ist nur ein Kollege, die A1, den da auch noch schön mitgenommen, und, zack, so, jetzt sind wir auch schon guten Vorsprung, zehn Punkte, so, da der erste, oder der zweite, na, und da, da, rechts, keine, da, die sitzen da schon wieder da hinten, warum sitzen der da immer so da hinten, verdammt, das hat noch einer, na, jetzt schaue ich aber schön da hin, nicht, nicht, dass noch jemand nochmal kommt, ja, wieder nur zehn Punkte Vorsprung, ist schon knapp, ähm, oh, verdammt, jetzt wieder, wieder dem davor klopfen, also, das nerve ich jetzt gerade nur, ne, da kommen jetzt Schüsse, überall Schüsse, ne, oh, Treffer, so, damit jetzt habe ich das verpasst, ne, so, komm, 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 ah, sehr schön, ne, ist unser, oh, 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 verdammt, nein, komm, jetzt will ich mich recherchieren, und schaff's nicht, verdammt, da fährt's, der jetzt zu spüren bekommen, und, uh, aber auch den, kein Problem, so, stehen vorne hin, warum, so, den, da, komm, eins, und, da, der zweite, oh, da ist noch ein dritter, nein, 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 wow, drei Stück erledigt, einer, der vierte hat mich bekommen, ist immer so, so, da, ne, keiner mehr da, so, nein, komm, komm, komm her, verdammt, boah, komm, 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 yes, aber deswegen, ich sag hier, aufladen bringt es manchmal aber auch einfach nur rechtsklick, linksklick ist erst mit dem Auflagen, also, dass er richtig schießt, rechts ist Revolver hält, na, so, wow, zwei kurz hintereinander und jetzt, oh, ne, komm, komm, nein, nein, wow, wow, ah, verdammt, das gleiche Spiel, so, jetzt, jetzt dahintritt zu, komm, komm her, ich brauche die Punkte, so, nein, komm, verdammt, schon wieder, aber jetzt, jetzt verlieren wir gerade wieder unseren Vorsprung gegenüber den Terroristen, das ist nicht so toll, ah, wieder ausgeglichen, aber trotzdem nicht schön, so, wir sind 36 zu 19 gerade und sterben nur noch, ich sag hier, die Waffe ist gut, aber sie hat eben auch den Nachteil mit, äh, mit Nachladen und so, und schon wieder, ich treffe gerade gar nichts, so, komm, 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 komm Ihr habt jetzt einen Eindruck gesehen, Valve wird sicher die Waffen noch nerven, aber das war eine super Runde und wir sehen uns dann, ja, wir haben es einfach jetzt mal geschafft, 38 zu 33, da waren wir besser, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, tschüss.